Kirby? Oh, nein, nein, nein. Kirby, was hast du vor? Nein, du darfst nicht den ganzen Shop zerstören! Nee, Kirby, was soll das? Ich bin immer so nett zu dir! Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das Vergessene Land hier auf... Katze! Weiter geht es mit L-Girl und mir hier im letzten Level von Kirby, von diesem Spiel. Ja, auf uns warten noch ein paar Bestien, habe ich so gehört. Ja, 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 und die sind sehr, sehr wild, vor allem hier in diesem Level. Ja, der Rappüffel hat mir meinen Sturm geklaut, aber egal. Erstmal bin ich hier, ja, egal. Geh weg, ich fall um! Okay, dann gib mal Gas, wer weg. Das Beste ist, wenn L-Girl Soundeffekte macht. Weiter geht's! Wow, jetzt sind wir hier hingelandet. Oh nein, wir sind eingesperrt. Wir müssen ihn retten! Das ist Bogdan! Bogdan, wir retten dich! Wir kommen! Achtung, Achtung, hier ist es gefährlich, vor allem mit den ganzen Krokodilen. Mit den ganzen blauen Arbeiten erst mal. Ja, die musst du auch aufsaugen und besiegen und glatt machen. So, jetzt! Und... So, der schwimmt jetzt. Ja, ich sehe schon, ich glaube... Ah, einfach... Ach, wir haben wieder unsere coolen Schwimmringe! Ja, die Schwimmreifen sind super praktisch. Ein bisschen Energie, klasch mich ab, danke! Die Schwimmreifen hat Kirby immer in seiner Hosentasche. In welcher Hosentasche? Keine Ahnung! Ja, im Schuh, oder? Okay, im Schuh. Komm mal kurz nach links, da ist noch ein Schalter. So! Und dann kann es weitergehen, da gibt es ganz viel Gold für uns. Okay! Oh, da, ja, ich habe es gesehen! Wie cool! Achtung! Achtung, Kirby, komm! Und ich komme! Achtung, Achtung, jetzt von links und rechts, die darf man nicht einsaugen! Oh, nein! Das sind die einzigen Gegenden, die man nicht einsaugen darf. Warum nicht? Weil dann werden sie böse und man kann sie einfach nicht einsaugen. Ah, okay. Das ist so. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach schon immer so gewesen. Okay, ich habe ganz wenig Energie. Ja, saug gleich mal den Seehund ein. Ja? Dann kriegst du die Bombenfähigkeit. Brauche ich die? Soll ich lieber den Ring einsaugen? Ja, dann hast du zumindest meine Fähigkeit. Okay, warte. Aber nicht dagegen laufen. Achtung, dann platzt eine Bombe hinter dir. Oh, Glück gehabt. Oh, gerade noch geschafft. So, jetzt saug mal den Ring ein. Ring eingesaugt. Bevor es jetzt gleich weitergeht, gehe ich ganz kurz nach rechts. Da müsste noch ein Poster sein. Aha. Ich warte auf dich. Ich warte. Ich gehe schon mal ins Boot. Ja, warte, warte, warte. Warte kurz, warte kurz. Yes, Poster abgehängt. Okay, ich bin bereit. Ja? Setz die Fahne, Kapitän. Setz die unsichtbaren Segel. Ups. Oh, oh, oh. Jetzt aber, jetzt darfst du keinen Treffer mehr erlauben, Elter. Ja. Achtung. Oh, gerade noch so. Und darüber. Yes. Und weiter geht's. Elgir, warte, Elgir, wo willst du hin? Was? Wir müssen da durch die Wand. Ach so. Ja, hier. Okay, warte. Yes. Oh nein. Nein. Ich habe zu spät gedrückt. Du hast die Schnauze des Krokodils berührt. Oh nein. Na ja, okay. Also. Warte, jetzt hast du... Egal. Ich weiß, die Bombenfähigkeit wird überbewertet. Okay. Die Bombenfähigkeit ist schon cool. Spring auf, mein Freund. Wir gehen chill. Hat er das Poster noch? Okay. Das muss ich nochmal entfernen. Nochmal abhängen. Okay. Dann bin ich bereit. Achtung, 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 der schießt schon auf uns. Oh, Elgir, das ist schnell weg. Weg, 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 weg. Wie machst du? Das ist das Geräusch, was das Brot macht. Ach so, Tüt. Jetzt da, volle Kanne rein. Gerade noch so, aber jetzt. Achtung, Achtung, jetzt können wir Bogdan retten. Rette Bogdan. Ich warte hier unten auf dich. Hallo, Bogdan. Willkommen zurück in der Stadt der Waddle Dees. Perfekt. Okay, geht's weiter? Ja, klar. Okay, dann komm runter, mein Freund. Warte. Hier, hier. Ich komme. Und jetzt gehen wir zurück und dann verändert sich wieder ein bisschen was in dieser Welt. Ja? Ja, ja. Okay. Oh, saug die Bombe ein, saug die Bombe ein. Ach so. Saug ein, saug. Oh nein. Die Bombe hat ihr mich eingesaugt. Saug die Bombe ein, du lustig. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin nicht, ich bin nicht. Ich wollte mich nicht treffen lassen und genau das Gegenteil ist passiert. Egal, halb so wild. Wow. Okay, jetzt öffnet sich unser Weg. Ja, und jetzt darfst du gleich was Neues einsorgen. In diesem Level kommt vom Gefühl her jede Fähigkeit mal vor. Ja, ich sehe den Turbogen schon. Ja, ja. Ich bedeute dich, ich muss fliegen. Oh, Achtung, Achtung. Jetzt noch was anderes. Oh, Achtung. 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 Nein, jetzt. So, den einen. Sehr gut. Und die anderen sind alle schon weg. Okay. Die haben schon Angst gekriegt, als ich meinen Igelhelm aufgesetzt habe. Äh, nee, die habe ich platt gemacht. Okay. Also. Ah, Vollstoppe. So, dann fliegen wir jetzt, Elgöl. Aufsteigen, Elgöl. Oh, los geht's. Okay. Zieh die Kiste hoch. Oh. Ach so, wir fliegen schon. Ich dachte, das ist so automatisch am Anfang. So, jetzt Elgöl. Elgöl muss fliegen. Achtung. Jetzt. Immer dagegen fliegen. Genau. Oh. Zu den Mühlen. Zu den Windmühlen. Zu den Ventilatoren. Was auch immer. Ich bin abgestürzt. Zu den Windrädern. Und. Jetzt. Ja, ja gut. Schön reingepustet. Weiter geht's. Und. Nach oben, nach oben. Weiter, weiter. Links hoch. Oh, Gaby. Sehr gut. Jetzt da, da, da. Durch, da, du. Oh, Klappekiste. Gerade noch so. Und da durch. Oh, jetzt. Oh, da waren Reginas. Links, links. Oh. Ring verpasst. Jetzt runter. Jetzt da durch. Oh, gerade noch so. Links, links, links. Oh, nein. Oh, ja. Oh, ja. Überraschung. Jetzt Achtung. Achtung. Noch mehr Windräder. Aktivieren, aktivieren. So. Links, links, links. Oh, gerade noch so erwischt. Schnell nach rechts. Oh, oh, nein. Oh, nein, noch runter. Oh. Okay, warte. Weiter geht's. Oh, mal. Runter, 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 runter. Perfekt. Gerade noch so. Links, links. Geht's nach rechts, 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 rechts. Oh, jetzt durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Oh, oh, oh. Ja. Ja, wo hat er sie gefunden? Ja, das ist Barry Junior oder Barry Junior. Wir kommen in der Freiheit. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Noch einmal. Teppichtörtchen. Aber jetzt. Nach und, nach und. Ja, ja, ja. Oh. Durchgeslidet. Das war eine knappe Kiste. Aber eine schöne Landung. Dann gibt es hier links noch Kisten. Popcorn. Das ist doch gut. Ja, wir laufen jetzt nach rechts weiter. Und Achtung, jetzt haben wir hier diese riesige Feuerschiffkröte, die mit Gebäudeteilen spucken kann. Ach, Jemine. Okay, dann. Immer auf Zack bleiben, immer schön bewegen. Oh nein, oh nein. Das ist ganz schön schwierig hier mit der Schiffkröte. Ja, warte, jetzt. Dann drüber. Ich kann ihn nicht zerstören. Und, warte, warte. Und los geht's, komm. Dann drüber. Und drüber. Vorsicht, Rappel. Oh, ey, gut gemacht. Du bist sehr, sehr gut. Und fliegt. Poster, Poster, Poster. Ja, du bist der Poster, Mann. Okay, ich bin der Poster, Mann. Vier von fünf. Oha, und hier ist ein Kegel für mich. Und wir laufen jetzt den Weg wieder zurück. Ja, ich dachte es mir schon. Im Prinzip habe ich mittlerweile verstanden. Sehr gut. So, wir sind die Schiffkröte. Ja, hier gibt es auch eine Überraschung. Und was nächstes für uns? Zack, abgeklatscht und jetzt nach links. Okay, warte. Warte, warte, warte. Wo kommt die hin? Oha. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ups, abgestürzt. Moment. Und jetzt da rüber. Warte. Einfach rüber und dann. Okay. Oh, warte, warte, jetzt sind wir noch nicht rüber, weil jetzt habe ich es aktiviert. Ah. Warte, nein, nicht rüber. Ich dachte, ich kann, oh nein. Ich dachte, ich kann fliegen. Du bist ein Kegel und du hast keine Flügel. Ich habe jetzt auch keine Flügel und kein Fliegen. Aber doch nicht als Mundstopfer jetzt. Okay, okay, ich komme, ich komme. So, den abgemalt. Weiter, 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 weiter. Oh nein. Und weiter, 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 weiter. Weiter, schnell. Oh. Ich wollte den Entdecker noch beseitigen. Achtung, ich komme. Du hast nicht mehr viel Energie, seid vorsichtig, Elke. Oh ja, auf jeden Fall. Und hepp. Wow, jetzt bin ich abgestürzt. Warte. Jetzt schauen wir mal, was in den Stahlkissen ist. Da ist vielleicht Energie drin. Warte. Hier, hier, hier. Ah, ja, okay, Moment. Und. Komm, komm, du schaffst das. Hepp. Oh ja, ein bisschen. Energie, danke schön. Bitte schön. So, und jetzt aber in die Fontaine. Fontaine, aggieren, zack, boom. Nach oben geschleudert. Ah. Jetzt musst du rüberspringen. Oh nein. Und dann auf das Gebäude der Schildkröte. Oh nein. Oh, jetzt sind wir schon wieder da unten. Mein Spruch war zu kurz, aber jetzt. Komm. Ja, ja, ich bin da. Und jetzt rüber. Ganz mutig. Okay, warte. Und. Du schaffst das. Los geht's, Elke. Hepp. Oh, gerade noch so. Und jetzt, Achtung, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Gut. Komm, ups. Und, komm, boom. Da hat sich die Schildkröte aber gewundert. Und wir haben sie besiegt. Und da ist Hanna. Da sind, genau, Hanna, Alexandru und Marco. Hallo, ihr drei. Sehr gut. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. So, besiegt haben wir die Gebäudeteile speilende Schildkröte. Ganz genau. Und da gibt es nochmal ein paar extra Boni. Sehr schön. Ein paar Statuen für unsere Wohnzimmer. Ja, kleine, süße Figuren. Du kommst Wohnzimmer. Sammelfiguren. Okay. Wow. Oh, wir sind schon wieder draußen. Wir sind draußen. Und jetzt ist das nächste Level das große Finale, wenn man so möchte. Wir machen aber jetzt noch auf jeden Fall eine Straße der Schätze. Ja, um nochmal unsere Waffen aufzuladen. Ja, und wir gehen auch noch zum Waffenhändler. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Wir haben noch einiges vor uns. Wir müssen uns noch vorbereiten auf den großen Kampf. Ja, und es wird richtig, richtig schön. Ja? Okay, ich bin gespannt. Schön emotional, spannend. Alles hat der Kampf hier zu bieten. Okay, aber jetzt erstmal in eine Straße. Ja, wir gucken mal, was wir so offen haben. Wir haben hier Weltraumentdecker, Schatz. Was haben wir da oben? Die sieht doch schön aus. Ringstopfer. Komm, das machst du jetzt. Ringstopfer. Oh, als Ring. Na, super. Mal gucken. Achtung. Kirby taucht ein. Bö, a bö, rasante Ringbootsfahrt. Okay. Schöner Titel für das Level. Achtung. Einsaugen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, die Zeit läuft ja schon. Ja, ja. Und du machst das Level alleine. Nicht vergessen. Ja. Ich bin jetzt nicht dabei. Warte. Eww. Eww. Sehr gut, sehr gut. Und immer schön weiter. Ups. Okay, warte. Und zack. Zack, zack, zack. Oh nein, die bewegen sich ja. Ups. Achtung. Ah, ich muss da immer pusten, damit die mir kein Hindernis sind. Ja, ja. Ja, das wäre sogar ratsam, damit wir ein bisschen schneller ans Ziel kommen, dass du öfters pustest. Okay, okay, warte. Also, du kannst theoretisch die ganze Zeit auf die Taste hauen. Puh. Ja. Aber ich muss ja noch lenken. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Am besten so eine Mischung. Aber hau auf den Puls, hau auf den Puls, El Girl. Warte, yes. Und, oh, jetzt muss ich gucken, wie die sich hier bewegen. Aber du machst es ganz gut. Hilfe. Gärme, ich puste. Aber nicht gegen die Gegner fahren. Achtung. Huh. Nein. Oh, El Girl, das ist immer viel Energie. Und jetzt kommen auch noch hier die rollenden Feuerbälle. Schnell, 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 schnell. Oh nein, ich habe den Ring verpasst. Ist das schlimm? Nein, egal. Achtung, El Girl. Oh, das war knapp. Knappe Kiesel. Achtung, El Girl. Oh nein. Jetzt nach vorne. Komm, komm, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Achtung. Fähigkeit ablegen. Ja, das geht nicht. Du musst rausspringen. Springen, 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 springen. El Girl, springen. Iber, Iber. Huh. In letzter Sekunde. Fast in letzter Sekunde. Du machst es richtig spannend. Ein seltener Steiner. Wir waren alle so gespannt. Wird El Girl jetzt springen oder nicht? Hei, hei, hei. Wie aufregend. Ich würde sagen, wir machen noch hier eine Straße der Städte. Und darf ich kurz einen Joy-Con haben? Ja, natürlich. Okay, dann würde ich das mal übernehmen für dich. Ja, auf jeden Fall. Und nur für diese Straße der Städte werde ich mal ganz kurz die Steuerung von El Girl übernehmen, also Kirby lenken. Ich würde aber gerne in der Zwischenzeit mal ganz kurz noch ein paar Namen erwähnen, denn es gibt tatsächlich im Finale noch mal ein paar Waddle Dees, die wir sehen und, ich sag mal, retten. Aber nicht mehr so offiziell wie in den normalen Leveln, deswegen würde ich jetzt einfach gerne mit dir noch ein paar Namen nennen, die wir uns aufgeschrieben haben, die jetzt nicht mehr drangekommen sind. Auf jeden Fall. Wir haben in der Waddle Dees-Stadt natürlich noch den Niklas als Waddle Dees. Genau, den Pyro 100. Die Mandy wartet auch auf uns in der Waddle Dees-Stadt. Maya ist mit von der Partie. Milan wohnt mit ihr im gleichen Haus. Heidi ist im Restaurant tätig. Boah, Ari ist bei Heidi zu Gast und isst einen Burger. Ari 2 wohl gemeint. Ja, genau. Wohl gesagt. Ja, wohl gesagt. Wohl gesagt, ja. Wie auch immer. Dann haben wir noch die Geschwister Tristan und Daria. Ja, dann wartet noch Waddle Dees-Stadt in die Jahr. Und Lenny, der ist bei den Musikanten und macht da mit. Okay, und der Darko, der ist immer am Haus des Waffenhändlers zu finden. Genau, das war noch unsere Liste. Zumindest von der vorletzten, oder bis zur vorletzten Folge. Die letzte Folge sowie die jetzige Folge nehmen wir am Stück auf. Deswegen wissen wir nicht, ob in der letzten Folge noch etwas kommentiert wurde. Zwecks der Namen. Sensationell. Straße der Schätze geschafft. Und jetzt würde ich sagen, L-Girl, lass uns mal ganz kurz in die Stadt der Waddle Dees. Denn der Waffenhändler wartet auf uns. Und all die anderen Waddle Dees, die wir gerade genannt haben. Und nicht nur das, wir müssen noch einen ganz kurzen Abstecher im Shop machen. Im Shop? Wir brauchen nämlich für das große Finale auf jeden Fall eine klitzekleine Unterstützung, damit es uns leichter fällt. Das heißt, wir gehen jetzt shoppen. Ja, aber nur eine einzige Sache. Okay, egal. Und die kaufen wir vielleicht zweimal nur zur Sicherheit. Okay, alles klar. Wo gehen wir hin? Wir reden jetzt mit der Person und du darfst sie synchronisieren. In den Blumenladen. Und kaufen das grüne Getränk. Okay. Hallo und willkommen im Waddle Dees Kramladen. Hier findest du eine Vielzahl von Items, die dir vorübergehend Boni verleihen. Du kannst sogar mehrere Items in Folge nutzen. Ganz gleich, ob du verschiedene oder mehrere Items des Selbsthilfs verwendest. Allerdings kannst du immer nur ein einziges Item bei dir tragen. Vergiss das nicht. Also, was darfst du denn sein, Kirby? Oh, schön synchronisiert. Ich will das grüne, oder? Genau, KP+. Hey, KP+, also gut. Das macht dann 300 Sternis. Okay, wir zahlen schon mit Sternis die Währung aus Animal Crossing. Vielen Dank für deinen Einkauf. Wenn du dieses Vorrat zum Nutzen möchtest, dann halt oben gedrückt. Ja, und das machst du jetzt gleich mal. Und guck jetzt mal auf deine Energieleiste. Oh, cool. Die hat sich verdoppelt. Und wir nehmen das gleich nochmal mit. Okay. Weil das können wir ja einmal in petto haben, sozusagen. Willst du noch eins, Kirby? Kein Problem. Bitte schön. Sehr gut. Einmal gekauft. Vielen Dank. Hier hast du 300 Münzen. Jetzt. Vielen Dank für deinen Einkauf. Kirby und bis später. Tschüssi. Tschüss. Und jetzt gehen wir zum Waffenhändler. Und jetzt gibt es von Elgir natürlich wieder die berühmte Waffenhändler-Synchronisation. Mit ihrer tiefsten Stimme, die sie drauf hat. Hallo. Hallo, lieber Waffenhändler. Hui, da hast du ja etwa eine Sturmtörladung, Blaupause. Los, gibts schon her. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich wieder mit Wickeln loslegen. Okay. Dann mach mal, lieber Waffenhändler. Achtung. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Tornado kann nun zu Sturmtornado entwickelt werden. Wow. Ganz am Anfang dachte ich, du klingst ein bisschen wie Angela Merkel. Echt jetzt? Aber ich glaube, ich möchte mein Schwert erstmal entwickeln. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich kämpfe total gern mit dem. Und das Schwert haben wir jetzt fähnismäßig spät im Spiel entwickelt. Aber das ist ja nicht schlimm. Okay, Kirby. Du möchtest ein Metanoid-Schwert? Kein Problem. Dann lege ich mal kurz die Hand an. Bitte schön. Guck mal. Tada. Wow. Wow, ich bin Batman. Du bist Batman. Cool. Kirby als Batman. Kirby als Batman. Mega. Guck mal, da kommen sogar Fledermäuse, wenn du zuschlägst. Ja? Ja, guck mal. Wow. Hast du gesehen? Ja. Beim dritten Schlag. Ja. Krass. Dann schauen wir doch mal, was es noch so gibt. Okay, also einen Decker, der gibt es ja mal nicht für uns. Nee, den haben wir schon erweitert. Ich kann dir den Hammer eigentlich noch empfehlen. Okay, aber lass erst mal hier drüben gucken. Was gibt es hier noch so? Wow, Eis? Eis ist schon auf der letzten Stufe. Können wir aber noch auf die zweite Stufe erweitern. Deswegen gibt es da einen blauen Pfeil. Dann vielleicht die Bombe? Bombe ist auch schon auf der letzten Stufe. Okay. Ich würde erst mal die Sachen auf Stufe 3 bringen, die wir noch nicht auf Stufe 3 gebracht haben. Den Bleistift? Ja, zum Beispiel. Okay. Dann... Zwillingsbohrer. Viti, lieber Waffenhändler, entwickle uns den mal. Du willst den entwickelt haben? Natürlich. Warte, einen Moment, Kirby. Ich mache mich an die Arbeit. Tada. Schon erledigt. Du bist einfach der Hammer. Die Spezialbauerbohrer hat sich zu Zwillingsbohrer entwickelt. Wie cool. Ich habe zwei Bohrer auf dem Kopf. Und eine Kreissäge hast du auch. Eine Kreissäge auch? Ja, ja. Eieiei. Achtung. Guck mal, du musst mal bohren. Und jetzt deine Kreissäge. Ah, wie cool. Eieiei. Okay. Na dann, was wollen wir noch entwickeln? Den Hammer. Den kann ich dir empfehlen. Hammer? Ja. Oder... Ja? Okay. Dann entwickeln wir den Hammer. Gleich auf Stufe 3? Gleich auf Stufe 3. Okay. Bitte, lieber Waffenhändler, entwickle mir den Hammer. Du willst den Hammer entwickelt haben? Alles klar. Ich hämmer mal kurz drauf. Dann wird der Hammer entwickelt. Zum Hämmerhammer. Achtung, Gabi. Hier ist der Hämmerhammer. Der Hämmerhammer. Dankeschön. Wow. Wie aus der Steinzeit. Der wilde Hammer. Wow. Wie cool. Danke, Waffenhändler. Also, ey, girl. Du bist auch ein wilder Hammer. Ehrlich. Danke schön. Der wilde Hammer. Wartung. Ich teste mal. Boom. Boom. Ich mache den Boden im Waffenladen kaputt. Du bist nicht der absolute Hammer. Du bist der wilde Hammer. Dankeschön. So. Noch was? Ja, komm. Sturm vielleicht noch. Bitte mach mal aus dem Tornado einen Sturm, lieber Waffenhändler. Du willst, dass ich einen Sturm draus mache? Na, in stürmischer Geschwindigkeit entwickle ich dir den Tornado zu einem Sturm. Tada. Bitteschön, Kirby. Sehr gut. Wow. 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 Da gewittert es auf meinem Kopf. Vielen Dank, lieber Waffenhändler. Und schau dir jetzt mal diesen Tornado an, den du einsetzen kannst. Ich muss ihn gleich testen. Achtung. Und. Los geht's. Wow. Das ist echt gewaltig. Ich fege den Waffenhändler an den Tisch. Tut mir leid, Waffenhändler. Es tut mir leid. Hey, Kirby. Das war ein bisschen gemein. Ja, es tut mir leid. Ei, ei, ei. Es war nicht mit Absicht. So, du machst es schon richtig. Denn, ich habe es dir ja schon mal erzählt, für das große Finale lohnt es sich, die Eisfähigkeit zu haben. Also bei dir zumindest. Ja. Weil du dich gut schützen kannst damit. Cool. Guck mal, ich laufe hier Eis im Waffenladen. Das stimmt. Jetzt wird es Zeit, zum Finale überzugehen. Meine Lieben, bleibt katztastisch. Katztastisch. Sch Schall! Vielen Dank.